Interessant sind auch mit den Einblicken hinter die Kulisse von den politischen Prozessen, die stattfinden. Es ist auch generell sehr wichtig, dass man sich hier als Gewerbler findet, dass sich die Gewerbler auch vereinen. Es war wieder ein hervorragender Herbstkongress in diesem Jahr. Es waren tolle Gäste da. Gäste da.